Ja, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Naja, es ist immer eine Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu halten, die weiter als eine Armlänge betrifft. Es gibt keine Verbindung, keine einzige nachweisbare Verbindung zwischen dem Terrorismus und den Flüchtlingen, außer vielleicht auch einer. Ja, der Migrationsbericht zeigt, Einwanderung in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte. Die Einwanderer bezahlen die Rente derjenigen, die in Dresden auf die Straße gehen. Man muss ja nun wirklich nicht irgendwo hingehen, von AfD bis Pegida, um Weihnachtslieder christliche singen zu dürfen. Aber wie viel von uns tun? Griechenland hat in den letzten Monaten erhebliche Fortschritte gemacht. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann, und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von ihren Kindern? Nein. Die Eliten sind gar nicht das Problem. Die Bevölkerung sind im Moment das Problem, dass wir stärker wieder mit denen das Gespräch suchen. Man kann sagen, das ist wirklich Pack und Mob. Und was man da machen muss, ist, man muss sie einsperren. Und ich sage wieder und wieder, wir können das schaffen und wir schaffen das. 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 Vielen Dank.